Dienstag ist und wir sind wieder da mit einem neuen Bäcker Basic Video. Heute geht es wirklich um etwas Essentielles, nämlich es geht darum, wie man Roggenteige mit der Hand mischen kann, wenn man keine Küchenmaschine verwenden will. Und wie das funktioniert, das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Im Haushalt macht man es in kleinen Mengen. Der Bäckermeister neben mir hat Erfahrung damit, wenn man es in ganz großen Mengen macht, weil er nämlich im Sommer immer vier Monate in Südtirol auf der Alm ist, die bewirtschaftet. Und dort im Holzofen, da packst du dein ganzes Brot. Dieses Jahr waren es wie viele Kilo bitte, die auch von der Hand gemischt worden sind? Ja, heuer waren es 1800 Kilo. Und mein Glück war, es war ein sehr roggenlastiges Brot. Je mehr Roggen, desto einfacher ist der Teig zu mischen. Der Roggen braucht nicht diese intensive Knetung. Und da geht es einfach darum, wirklich den Teig sehr homogen ohne Zutaten zu vermengen und dann ist der Roggen oft schon zufrieden. Also mit Roggen ist es ganz einfach, das werdet ihr auch gleich sehen, den kann man mit der Hand mischen. Oder wir haben dann auch nochmal so einen Quirl verwendet, mit dem man das machen kann. Dann kann man auch einen Kochlöffel nehmen. Schaut euch das an, wir zeigen es euch. Und hier und ich glaube, werdet ihr euch tun? Das war's für heute. 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 Das war's für heute.